Das war ein wunderbarer Moment. Wir hatten zwei Bretter, auf die wir aufgegangen sind. Und wir haben gesehen, eine Sprache von drei, eine Mädel ist gestanden dort mit sich. Und sie ist zugekommen zu mir mit einem bräunen Beitel, mit Pomeranzen. Und ich habe noch keinmal gesehen, keine Pomeranz. Und sie hat ausgestreckt, ihre Hände mit dem Beitel zu mir. Und ich habe geguckt auf die Mama, die mir gesagt hat, was ich möchte nehmen. Und sie hat sich verneigt. Und danach ist sie zurück weg. Und der Moment ist mir verbleiben auf ein Weg. Ich habe gefühlt, dass man uns da haben will. Aber das war eine Frage. Ich habe noch nicht gehört. Ich habe mich. Ich habe mich. Ich habe mich. Ich habe mich. Ich habe mich.